Das muss jetzt Limbo-Stein sein. Gar nichts? Hm? Das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist schwer. Na, verdammt. Gut. Das ist eine Vernichtung. Das ist 500 Geld. Wie gesagt, die Sachen werden so ab normal teuer. So, dann muss ich erst mal an den Bootssteg zurück und noch mal zwei Sachen abforschen. Das wollen wir. Nach vorne. Zack. Okay. Ich brauche fliegen. Okay. Verstehung. Das bekommen wir später wieder zurück. In die Koche bekommen wir später. Gut. Den hatten wir so aktiv noch gar nicht. Da haben wir auch die Fliegeninsel. Das können wir auch schon mal sehen. So. Ja. Sie ist gut. Herr Ruh. Wie gesagt, die Fähigkeit fliegen bekommen aber wie gesagt sowieso noch weiter. Da muss man einfach mal auf die Insel sehen. Was man vielleicht gerade mal gesehen hat. Wie gesagt, die Fähigkeit fliegen bekommen aber wie gesagt sowieso noch weiter. das blitzes wir sollten uns später darum kümmern wir haben okay gut wie sagt es denn für sie das nächste tier hallöchen lila angel wow ich meine zu haben ist auch mal gestorben und dann dass du sagst es ist neue am morgen als das ist der apg teil bevor sie in die kammer kommen und dann raumschiffe und all und jetzt alles davor und so sagen die 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 side story ja beziehungsweise ich bin grad in am on us an einem terminal und muss bestimmt ganz wichtige dinge erklären ja 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 und die leute können wenn das wichtigste noch nie im stream bitte ich finde das und falls du an diesem am morgen erst hier auch interesse hast als er den glück versuche auf instagram müsste mein neuster normaler post sein und ich habe die version oder spiel zweimal für die twitch also was auch so ich glaube du warst noch nie mein stream bis auf den raid von thai damals natürlich glorreich und grandios und sehr sinnlässig war ja genau und bis auf den texten du wirst du wirst ich ich dann die du mal wir sind wieder draußen gar nicht mal so schwer wie erwartet ich möchte mit zusammengeparkt karriere ich gehe jetzt in die hütte hier bin ich wer sind sie wo bin ich na teufel mit einer scheiß kirche lande naja ich möchte gerne für den stadt stüten und regen eine traufe also und die traufe ist um es mal mit der tiefe nie viel kloaken meister hier seiten jetzt so bin ich packe euch ab man wie geht es dir denn lila angel wollen wir jetzt alles wundern ja bärchen ja bärchen bin ich 12 gut das war ja vom erfolg grünt hier große ja 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 Oh, der kann ich es mit? Er ist ein paarer Angelegenheiten. Es ist ein paar Dinge, wie durch die Schmerzen? Desklarieren wir uns vor. Es gibt eine Schmerzen, die Niveau! A.B.S.A. und. Ich bin der Schmerzen. Es gibt eine Schmerzen. Ja, ich bin der Schmerzen. sparen sehr schön auslöschung und 750 die kopf aber sonst passt es bei dir ja gutes essen gemacht ich habe mir den meisten krank gekümmert freue mich heute auf die zwei auslosungen also hier bei display noch für alle subscriber und bei instagram dann das spiel auslösung ich bin auch überlegen also nicht was für nach welcher plattform ob ich doch oder playstation jetzt hier weiß ich immer nicht weil so günstig dran machen habe ich jetzt mit dem mit 30 prozent rabatt und spielst du mal draußen ich bin gerade auch schon krass fliegt 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 insel noch mal noch da so detail und lange dinge ein bisschen bisschen gas nicht viel bisschen Ein bisschen. Komm, komm, komm. Ich habe keinen Sinn gemacht, oder? Nein. Da drüben wollte ich denke. nein ja nein ja und sprich ja und so das ist ein besonderes kampf machen wichtig die können wir versteinern sie ist die gesamte grufe wahrscheinlich hat man das gesamte game an der stelle verloren dann geht zurück zum schick also mal kurz wieder bildkamera weg und lesen also sind aber in der aktive zu sprechen davon hast du bitte zu spüren er mal alter kann es echt gut kochen war wenn man so glücklich kocht man doch gerne weil sie jetzt sind auch ein guter koch ich glaube jungen zu kochen aber wenn man jetzt meisten schiffköche sind vielleicht hat das etwas mit kraft zu tun wochen ist der arbeitsintensiv demnach müssten dann frauen besser für das kämpfen geeignet sein das habe ich mal irgendwo gelesen der grund soll sein dass frauen keine angst vor blut haben das macht ja gar nicht man was mit echten bengst aber stimmt wenn ich blut sehe wird mir ganz schön komisch wie du heute nicht vergessen dass die frauen in unserem team stärker sind wir müssen uns anstrengen drängen damit wie ihnen keine last sind na ihr frauen die mächtigen ja glaubt man sagt man lassen zusammen daran arbeiten so guter koch ja jetzt was dann auch viel können zu lala um viele kamen wir gehen in die bühne mit kamera ich habe ja die heißen heute hat mir wohl was von bohren weg fallen grunde so es ist kannst du nicht einfach mal eine sekunde sein das sieht nicht gut aus egal das verteidigung der tür ist außer kontrollen die man muss versucht haben gewalt zum einzudringen und es dabei verstößt was dann gehen wir im unteren da sie sind ein schlicht der und den werter bleiben ja das hat man wenn das nicht auf mich wenn sie spielt also wirklich ich muss aber auch dass es funktioniert Ich denke, dass ich hier nicht geteilt habe, dass ich hier nicht geteilt habe. Jetzt schreib doch einen weg. Jetzt bin ich wieder. wenn du dir also hat ja beachtet kann ich gar nicht sehr schön wir haben eine tür getötet oder so kuhn danke schön ich habe eine tür besiegt gut gemacht leute wie gehen uns das gegen stern das herr merkt genau das ist ja schon nervig oder sie sind alle so alttätig und hier ist nicht nur teilweise kontext zu lesen oder welches buch noch mal links unten auf noch mal wieder alte minzeiten ab wo die tanken machen hm passen mal vorher ähneln und andere ok erfolge erfolge jetzt wurde es hat mehr macht es einfach gefühlt motiven kommt sehr gut sehr schön die dauer setzt könnten wir der felsen wir gehen jetzt mal hier wir müssen schon noch machen oh mhm das tut ganz gut ich bin in der Gegend und ich bin in der Gegend und ich bin in der Gegend ich bin in der Gegend oh cool ich bin in der Gegend ich bin in der Gegend ich bin sehr schön sehr schön sehr gut was jeder so so ok Wieso? Ich darf nicht vergessen, was vielleicht noch was ist.